Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsguide für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag Schreck und Weg. Mit diesem Auftrag müsst ihr in die sengenden Wüste am Tag. Ich habe es hier auf Level 1 gemacht. Fahrt bis zur Oase und rechts von euch auf der Insel der Oase befindet sich ein schlafendes Elezart. Werft einen Apfel hinter das Elezart in das Wasser, damit ein Karpato hochspringt und das Elezart weckt. Nun wird das Elezart über das Wasser laufen und ihr müsst es dabei fotografieren, wie es über das Wasser läuft. Dieses Foto müsst ihr am Ende beim Professor abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn ja dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.